Jo Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Pay Opening und ja hier irgendwie keine Ahnung und da steht auch oben rechts R3 drücken um neu zu verbinden. Ich drück R3 es funktioniert nicht. Trotzdem sind wir ein Ultimate Team und ja wir aktualisieren mal den Show Katalog oh mein Gott. Premium. Premium. Kein Premium. Kein Premium. Naja ich weiß ja nicht. Drei. 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 Ja können wir so machen. Erster Set. Den nehmen wir mit. Den nehmen wir mit. Und den Rest. Ich wusste nicht. Nächstes Set. Vielleicht können wir da ja eine Bronze in Form drin haben. Ich überspringen. Ein Duplikat. Kann ich alles damit ja. Okay. Komm schon. Das letzte Bronze Set. Ein gutes Nose Pack. Einfach weil wir es drauf haben. So. Und wir lassen laufen. Und jetzt will ich ein Silber. Äh Bronze. Ich sagte Silber. Ich wollte aber Bronze. Keine Ahnung. Ja gut. Da ist auch nichts drin. Ein Silber Info. Ein Bronze Info. Woll ich sagen. So jetzt habe ich es. Kann man alles abstoßen. Gehen wir zu den. Gehen wir zu den guten Silber Sets. Die sind eigentlich ziemlich teuer meiner Meinung nach. Dann nehmen wir. Einen guten Higuain. So. Und was bringt uns der gute Higuain. Es lädt lange. Ist das ein gutes Zeichen auf einen Silber Info. Oh nein bitte. Jetzt geh nicht raus. Bitte bitte bitte. Natürlich gehst du raus. Wie eine. Jungs. Alter. Verlässt du Ultimate Team. Wieder rein. So lädt. So jetzt sind wir wieder drin. Und was haben wir drin. Gar nichts. Deshalb haben wir jetzt so lange gewartet. Der ist zwar langsam. Aber der hat richtig krank. Und der ist sogar einiges wert. Und den nehmen wir gerne mit. Und uns nichts. Können wir den Rest abstoßen. So. Dann gehen wir wieder zum Shop. Katalog. Okay. So jetzt geht's. Mal gut schauen ob keine anderen Promosets sind. Nein. Dann machen wir weiter mit dem nächsten Set. Komm schon. Komm schon. Komm schon. Komm schon. Und was haben wir drin. Gönn. Nichts. Doch. Wir haben was drin. Forster-Skiller. Oh mein Gott. Forster-Skiller. Und gar nichts wert. Nehmen wir trotzdem mit. Den will ich behalten. Den will ich auch behalten. Und den dann auch. Gönnen wir uns. Das ist einfach. Und jetzt das letzte Set. Das letzte Silber-Set. Ein schönes Nose-Pack. So. Ein Nose-Pack-Auföffnung. Und wir schließen mal die Augen. Und drei, zwei, eins. Valencia. Natürlich das Killer. Ein Nose-Tempo. Stürmer. Ja geht viel bisschen weg. Nehmen wir mit. Den Rest können wir. Den Rest können wir abschließen. So. So so so. Rüber Gold Sets. Rüber zu den normalen Premium Gold Sets. Und wir lassen mal laufen. 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 Von Neu. Ciao. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Nicht schlecht. So. Ich spüre es irgendwie. Das war heute. Alla. Da wieder. Da wieder. Bitte 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 bitte. Drei sein. Komm schon. Komm schon. Komm schon. Komm schon. Komm schon. Komm schon. Mann ey. Wieso immer solche Scheiße. Nochmal Alaba. Ein Nose-Pack. Ich glaube wir machen ein bisschen mehr Goldsheads auf. Wenn man die Augen zu. Das Beste ist immer drei. Bitte lass das Beste jetzt drei sein. Tausend Münzen. Vielleicht auch ein Duplikate. Kacke. 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 Leider kein Duplikat. Also kein gutes. So. Nein Alaba. Du bringst mir kein Glück. Dann nehmen wir jetzt eine. Gute. Hazard. Eden Hazard. Ein C-Pack. 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 Nein. Ja. Doch. Es hat geladen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Heißt das was? Heißt das was? Nein. Das heißt gar nichts. Immerhin 2000 Münzen. Aber ich bin nicht glücklich. Denn ich will einen Ribéry. Oder einen Rooney. Oder einen Mats Hummels. Irgendeinen von denen. Upgrade Disco. Also. Ist jetzt Forza Skiller. Ist eigentlich was wert. Nein. Gonzalo. Gonzalo. Die Nase hat. So. Ich würde sagen. Wir machen ein. Ich stehe auf. Wir schließe die Augen. Denn da hatten wir ja Neymar gezogen. Wir stehen auf. Drehung und schließen die Augen. Und wir drehen und zoomen sehen natürlich gar nichts. So. Entschuldigung in die Hand. Duplika. Nein. Schau mal trotzdem mal, ob der was wert ist. Stell mal zu einer drauf. So. Der ist sofort weg. Konzalo. Und wir schließen die Augen. Oh. Oh komm schon. Wenigstens ein Info. Wenigstens einen Info. Jetzt habe ich geschaut. Doch es lädt. Es lädt. Es ist ein gutes Zeichen. Ist das ein gutes Zeichen? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich glaube, aber es ist ein schlechtes Zeichen. Das ist aber so lange. Schon wieder Verbindung abgeworfen. Was geht denn heute ab? Was geht denn heute ab? Die wollen einfach nicht, dass wir wegziehen sind. Sonst war ein Ribéry. Es ist einfach so. Ja. Vielleicht Ultimating. Na los. Mal schneller. Komm schon. Und wieder in Ultimating. Kleiner Cut. So, da sind wir wieder zurück. Und hier hatten wir gar nichts. Wenn ich hätte vielleicht noch einiges wert. Nein, ich werde verkaufen. Preisvergleich. Ja, 4000. Naja. Nein. Können wir auch halt nicht so machen. So. Okay. Und jetzt will ich einen vereinen. Vielleicht noch einmal zwischendurch ein schönes Premium-Silber-Set. mit Antoine Riesmann der letzte Woche. Second. Nee. Third in Form war. Und hier hatten wir gar nichts drin. Und einen Silberspieler. Ähm. Bronze. Junge. Was habe ich mit Silber? Einen Bronzespieler. Sind aber alle nichts wert. Können wir alles weg. Kloppen. Und jetzt will ich einen mindestens 50k. Es wird sowieso nicht passieren. Deshalb. Ja. Es wird sowieso nicht passieren. Jungs. 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 So. Noch zwei Sets öffnbar. Mit David Alaba. Und wir springen mal in drei. Zwei. Eins. Jetzt. So. Und wir haben gar nichts drin. Was ist, wenn ich jetzt alles einzeln Schnellverkauf mache. Schön langsam. Okay. Und mir jetzt einfach ein bisschen Zeitlasse. Jetzt warten wir schon ein bisschen. So gute fünf Sekunden. Schau mal auf mein Handy. Ja. Alles schön und gut. Und jetzt einfach ein schönes Nose-Pick machen. Alles ganz langsam. So. So. Und in drei. Zwei. Eins. Und. Ja. Ich schließe einfach mal die Augen. Und. Vielleicht haben wir ja was drin. Ich weiß es nicht. Wir schauen. Vielleicht noch einen. Nein. Pace. Nichts wert. Oder. Jo. Können wir einzeln abstoßen. Können wir eigentlich getrost abstoßen. Einfach nur ein Set. Und jetzt ganz schnell. So. Komm schon. Einfach nur überspringen. Klack. So. Sowieso nicht drin. La la la. So. Ganz schnell. Und einfach nur ein Set aufmachen. So. Und wir lassen das laufen. Und was haben wir jetzt drin? Den Kapellen. Den habe ich noch nicht. Okay. Das ist nichts wert. Und dann einfach nur. Damit war so ungefähr auf 200.000 Coins kommen. Einfach nur so. Und natürlich. Ey. Das stoßen wir einfach so ab. Okay. Ja. Dann würde ich sagen. War es das von diesem Pack Opening. Und ja. Wir sehen uns im nächsten Video.